so matrosen so richtung norden welche richtung segeln wir jetzt ich glaube ich segle einfach mal in die richtung der zeigte so wie funktioniert das jetzt per hand so ein kleines wo man auch noch gut lockt sie auch schon über morgen heute gerne wie funktioniert denn das Ding hier? ok jetzt bin ich auf Anschlag das Ding ist aber relativ lang oder man kann ich nicht viel oh ein größerer Zegel achso das setzt sich automatisch wieder zurück wenn ich da das ist gut segeln wir mal Richtung Norden oder so ich bin einfach meint hier ich schon hier zwischen den Inseln durch der Weike nämlich schon ich will noch ein paar neue Sachen anlegen ein paar neue Inseln entdecken weil die Insel wo ich ja letztes Mal hier schon war die habe ich gerade schon dreimal abgelooptet und wie habe ich jetzt auch gelesen dass so diese Ship Upgrades die man machen kann die findet man sovielderweise in der Spielwelt hier irgendwo oh das ist gut dass das Schiff jetzt relativ stabil fährt so kann ich jetzt auch ganz entspannt hier von um her und wie ich habe sie auch äh ich höre mal so eine Art seltene Ship oder so da ist irgendwie Maiden oder so also die Jungfrau ob das Ding jetzt eigentlich auch ein Name hat Old Pirate Ship okay Old Pirate Ship schau mal schau mal doch der Ding springt jetzt hier was so hier ist ein bisschen schwer so fahr ich da schon durch ich werde jetzt nicht bei jeder Insel Halt machen ich habe jetzt irgendwie relativ gute gute equipment ich will mal so ne Art weiß ich nicht wie so eine Insel mit nem Questkeeper oder so aber leg mal drauf kann ja mal von der Entfernung mal gucken ob ich irgendwie was schon nicht finde richtig nice wäre das wenn das dann noch so ein Bett gibt auf dem Schiff dass ich da immer ein oder weniger ausruhen kann das wird ziemlich cool ich sehe die Sonne jetzt schon wieder runter das nächste was ich jetzt mache habe ich schon Hearthstone noch mal ein bisschen übrig ne ich sollte mal kurz den Kurs wechseln nicht dass ich hier an der Insel zerschelle das wollen wir ja nicht allerdings dreht das Schiff wieder zurück der Süd allerdings dreht das Schiff wieder zurück der Süd auch schon ziemlich cool so mit dem Spiel dass man hier so einen schönen großen Kahn finden kann ich sehe auch das ein bisschen Grub oder so auf dem Ufer ist das auch ein bisschen Holz ich glaube da ist so Holz oder ein Stein oder so hat er gar mit es fehlt nur noch dass ich so eine Kajüte hier bauen kann so wo ist der Kahn nehmen wir jetzt mal den Stein hier mit dann könnte ich unten den letzten Patchnotes hier lesen dass das alte Piratenschiff früher mal wesentlich mehr Ressourcen braucht um die zu reparieren und meiner Meinung nach braucht das sind auch zehn Hartmut Loks da gab es die Patchnotes hier guckt von Wann die Waren und meine Meinung nach braucht das du dafür der brauchte ich auch oder? brauchte ich nicht achte ich auch nicht achte ich auch nicht achte ich auch nicht hab ich sie mir nicht auf das war äh lustriös und hat wird dort und hat wird dort ich sollte mir eine Fackel craften ich habe eine Fackel nochmal hier so ein Holz war und cooler das braucht nicht mehr so krass dringend Dings so das kommt mal auf den neuen bei Oblimen hat die Fackel auch mal auf den neuen so dann kann ich jetzt wenigstens oh jetzt hatte ich hier einen harten Leck jetzt habe ich wenigstens ein Kajüte zum leuchten dass ich mein Dings noch mal kennen kann so wo ist mein Kompass gewesen? das ist ok einfach einfach Richtung Norden werde ich jetzt und die Musik sollte es auch geben wenn man nachts segelt aber irgendwie ok ich habe noch keine Musik gehört hier ist doch verdammt dunkel da werde ich mal die Nacht verbringen vor allem ich warte dazu für Schiff Upgrades Upgrades sowieso ein Bett oder so das wäre ziemlich gut aber man sieht halt nachts nicht oder irgendwie vielleicht ich weiß nicht so ein Boot äh so eine Laterne oder was dass man wenigstens ein bisschen Licht auf seinem Boot hat natürlich ideal natürlich ideal yo so die Frage ist, ist die Truhe jetzt eigentlich verschwunden? ja die ist verschwunden, ok die Frage ist, was ist damit passiert? wer? er legt das Boot jetzt repariert und einfach irgendwo ein neues spawnt die dann verschwunden wäre die Truhe oder nicht? ich sehe wirklich nichts da ist auch Feuer da hilft der Insel auch da zum Beispiel oder da oder da oder da da gucken wir mal ich werde das Boot hier mal ansetzen und wir haben ihn jetzt könnte ich mir auch aus spaß und hier den segelschip bauen einfach nur mit dicken so stehen wir schon noch nicht ganz ok jetzt mit dem dem Flows ja den Polen mal aus spaß ah ne dafür brauche ich die Hardwood oder? da klappt ja nichts im Moment habe ich ja nichts was ich jetzt noch craften kann oder? oh Gott cool nicht dass ich wüsste komm was in der Liedenswirt noch wichtig ist das Extant habe ich schon gefunden aber sonst wartet eigentlich dann werden wir uns hier mal zur Ruhe legen außer da gibt es hier wilde Piraten die uns im Schlaf ausrauben wollen da ist wirklich wieder viel Feuer hier jetzt nehm ich denn da hinten war nur eins hier ist eins da sind ein paar in die Fresser wie ist das wirklich so so vielleicht hat eine Insel viel Stein oder viel Holz oder gibt halt verdammt viele Feuer drauf sollte ich natürlich mal abgasen bei einer Insel lag halt immer um zu dem Holz daneben wenn ich jetzt Holz nicht brauche heißt das aber nicht dass ich da liegen lassen sollte ist hier jemand? ne na denn da hat wirklich keinen Mond oder? 10 Stunden später lass gehen Holz daneben da mal hier hochgewischt da ist ein Pirat da ist Bambus da ist Stein die Spitzhacker sollte ich einfach mal bauen was steht da? da ist mein Overleger davor kann ich nicht erkennen oh Gott mit H halt ok da sollte ich mir doch wirklich meine Spitzsack verloren oder? oh hallo besser oh Navigator oh der hat doch geht auch wieder los da sollte ich mich nicht treffen lassen nicht treffen lassen nicht treffen lassen nicht treffen lassen aber jetzt noch wo ist denn das wo ist denn das? wo ist denn das? wo ist denn das? ok wo ist denn das? wo ist denn das? wo ist denn das? wo ist denn da dran? Kompass. Arenas Kompass. Pirates Ration. Guck, ob der anders ist. Oh! Der sieht gut aus. Nice. Habt natürlich wieder Glück gehabt. Wollte das gerade bauen und hatte schon so einen Wichser. Da hinten ist noch mal ein Pirat. Ich werd mal so eine Bandage verwenden. Können wir bestimmt aus diesem Plant-Fibers-Silber bauen. Warte, bis so ein Heilungs-Buff wie chained. Ich bin hier mal quickly well bandaged. Schau mal. 30 Sekunden lang so einen kleinen Heil-Buff. Da hinten ist Stein. Da ist auch noch mal Stein. Mir fällt ein, dass ich eine Spitzhacke brauche. Oh, da ist noch mal so ein Ridge-Boulder. Ach, hier ist dieser, den ich nicht erkennen kann. Ich muss mal mein Dings verschieben. Okay, jetzt muss ich nochmal. Pirate, was ist denn das? Das ist was wie eine Fahne. Oh, Pirate-Battle-Master. Der macht der Schwan. Der macht der Schwan. Nee, das will ich nicht. Das glück auch nicht. Das glück auch nicht. Das glück auch nicht. Wo bin ich? Da wo mein Schiff bin ich, oder? Irgendwo. Jetzt kann ich dir mal gucken. Mit dem Loot. Wie das ist. So, wo bin ich denn? Komm schon, hier aufs Boot. So, ich hab den Kompass noch, das ist cool. Der sitzt mal in den anderen so, da bin ich mal wieder und jetzt ist wieder hell. Der Loot ist wieder da. Die Piraten das schnappen. Nee, wir werden nochmal weiter Richtung Norden wieder. Wie eben gerade. Komm schon. Hallo? Ich hab noch so einen Bug. Okay. Okay. Ach, das bringt doch wirklich auf dem Boot. Ach, der spawnt dann auch neu. Okay. Könnte ich mir jetzt voll... Moment mal, die Truhe. Die ist weg. Du kannst ja voll die Schiffe nupen, Alter. Alles okay, das wollen wir aber nicht machen. Das will ich mir zwei. Die ist für den Multiplayer, könnte man sich nicht merken, ja. Dass das Schiff so nachspawnt. Na gut. Die Insel merke ich mir mal. Da waren schon wieder so viele mächtige Piraten und da würde ich mir eigentlich immer Heiltränke craften sollten. Ich hab aber jetzt die Zeit, während das Schiff fährt. Craft. Craft. So schön. Die Bandagen kriegt sicherlich mit Plan Fibers, oder? Knopf. Knopf. Ja, okay. Knäck'n noch Craft mit Kohle. Steine Kohle macht nichts. Das ist dann mit Bambus. Ja, Bambus muss dann auch irgendeine blöde Funktion haben. Auch das Bambus kann ich planfrei was machen, okay. Die Appelt. Wenn ich das benutze. Plus das. Plus das. Wenn ich mir irgendwie so eine Art Rüstung bauen kann. Steht ein Pirat auf der Insel. Das ist doch die Insel, oder? Ich war verwirrt. Der Kaltermann. Ich werde ihn mal besuchen. Den alten Piraten. Fährt dein Boot? Dein fährt ein Boot. Ist das mein Floß? Das ist mein Floß. Was macht das denn da drüben? Ok. Moment. Das war wirklich mein Floß. Mysteriös. Was Bambus halten ist noch? Komisch. Ok. Ist doch cool. so einen Hütenkompass gefunden haben. Der andere hat auch seinen Job erledigt, aber der sieht halt hübsch aus.